Was ich aber tatsächlich sehr interessant finde, wenn man den Gedanken dahinter, was mit diesen Fragekatologen sozusagen mal geplant war oder geplant ist, das umzusetzen auf diese allgemeineren Fragen. Und da nehmen wir jetzt einfach wieder, wie war deine Ausbildungskarriere? Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in dem Artikel sogar schon bestimmte Fragen drin hatte, aber eben, was war dein Lieblingsfach oder was hat dich am meisten geärgert an deinen Professorinnen und Professoren oder an der Administration in deinem Studiengang und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich deswegen sehr interessant, sowas aufzugreifen, weil auf der einen Seite sollte das zeigen, dass man reflektiert durch sein Erwachsenenleben bisher schon gegangen ist. Und auf der anderen Seite, was ich tatsächlich auch sehr wichtig finde, ist, dass man über solche Dinge, wo man vielleicht schon etwas Distanz davon gewonnen hat, dass man bei denen eine Meinung vertreten kann und die auch dann quasi erklären kann, worum es geht. Wenn wir nämlich das weiterführen auf dann die Team- und die Projektarbeit, dann reden wir immer davon, Extreme Ownership oder quasi generelle Führungskompetenzen muss quasi jede einzelne Person für sich selber auch mitbringen. Und für mich, das ist immer ein sehr schöner, läuft so ein bisschen parallel oder läuft vielleicht sogar am Ende zusammen, aber wenn man nicht über bestimmte Dinge, die man erlebt hat oder mit denen man sich länger beschäftigt hat, wenn man über die nicht eine Meinung entwickelt hat, das sei jetzt einmal dahingestellt, ob das eine unter Anführungsstrichen valide oder nicht valide Meinung ist, aber dass man zumindest so tief über etwas nachgedacht hat und so reflektiert über nachgedacht hat, dass man vielleicht solche, wie du es schon gesagt hast, solche allgemeineren Fragen mit Conviction sozusagen beantworten kann. Nämlich, ja, ich kann dir sehr wohl sagen, was war mein Lieblingsfach, welches Fach habe ich gar nicht gemocht? Und ich kann dir auch erklären, wieso mich die Administration in dem und dem Semester geärgert hat, weil dann weiß ich wenigstens, dass vielleicht die Verantwortungsübernahme später in Projekten einfacher geht, weil ich weiß, dass die Person sich damit beschäftigt, was sie macht. Und das finde ich eigentlich, jetzt so quasi weiter darüber nachgedacht, finde ich, das ist ein relativ guter Punkt, das Versuche irgendwie rauszukitzeln, wie man denn zu Dingen steht. Weil ich denke mir, der Transfer ist super machbar für Teamarbeit dann später. Also schnell, da war es super machbar für Teamarbeit dann hinterher. Also zur Führung des Kaksadernen. Aber ich bin nicht mehr interessiert. Ich hoffe, es hilft, es heilt die Menschen. Ich hoffe, es kann wiederholen, dass die Menschen so einfach auf dem Weg zu der Zeitung. Vielen Dank.